So, ich demonstriere jetzt mal kurz die Funktionsweise. Das Gerät wird angeschaltet. Die Stufe wird eingestellt von 1 bis 5. Und dann, ich hoffe, das sieht man, wenn man jetzt hier blitzen will, muss man drücken. Es erscheint ein grünes Licht, wenn das Gerät bereit ist. Und es gibt einen Lichtblitz. Und es gibt einen Lichtblitz.